3, 2, 1, bis zum Sommer! Für mich hat das auf jeden Fall etwas mit dem Sommer zu tun. Also bei mir sind es meine Enkelkinder und meine Kinder, wenn ich die sehe. Dann freue ich mich. Und mein Mann wird hoch, wenn ich dann heiße. Wenn es dieses eine Gefühl gibt, das man hört, bekommt, wenn man gute Musik hört. Zum Beispiel bei seiner Lieblingsbette in der ersten Reihe zu stehen. Und man dann ganz vorne steht und einfach alles ist geil, Konzert ist geil. Und super Stimmung, alles super. Dass man hinterher was zu mir erzählt. Wenn die Sonne scheint, ich am See liege, mit meinen Freunden, Musik höre, dann kommen bei mir hochgefühlen. Und es bleibt meine Leben. Und es bleibt ein wenig. Ich bin zu mir. Und es bleibt있는. Das ist ein wenig. Und es bleibt ein wenig. Aber man muss mich nicht auf jeden Fall.